so schönen guten morgen wie ihr seht sind wir wieder auf dem wasser die nacht haben wir gut verbracht wir haben lange geschlafen der see ist heute ruhig die sonne kommt ab und zu raus es ist einigermaßen windstill so dass wir uns davon versprechen bisschen weiter heute aus paddeln zu können wir werden sehen und ihr kommt mit hoffentlich bis gleich kleines windspiel auf dem wasser so die insel hier rechts von uns die nennt sich stora bergön was ich wieder so faszinierend finde das sind hier so die die felsen die dann so reinragen ins wasser teilweise kann man bis auf den grund gucken das ist wirklich herrlich ist das traumhaft das ist doch herrlich oder diese einzigartigkeit von natur man ich kann mich gar nicht satt gucken da dran einfach nur wunderschön so und wir kriegen wieder besuch so Musik Wir haben nichts dabei, leider. Musik Als wir vor zwei Jahren hier längs gerudert sind, liefen hier so drei kleine, ich weiß nicht was es war, Wiesel, Marder, die liefen hier über die Steine. Musik So, wir haben jetzt hier gerade angelegt auf der Insel Zvalöhn. Das ist eine ziemlich große Insel, die auch, wie ihr schon gesehen habt, richtig schöne kleine Buchten hat. Und hier oben, hier gibt es noch einen riesengroßen Felsen, an dem werden wir hoffentlich gleich noch dran vorbeischippern. Da oben, da soll auch ein Cache liegen. Ich weiß aber nicht, ob wir das da heute schaffen, da hoch zu laufen. Mal gucken. Musik So, wir haben jetzt gerade beschlossen, den Cache doch noch zu suchen. Unser Boot haben wir erstmal an Land gebracht, sodass das nicht wegschwimmen kann. Aber wir wollen mal gucken, ob wir den heute finden. Musik 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 Hast du schon wieder was gefunden? Musik Und was? Klaubeeren? Jetzt schon? Cool. Musik 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 Hier hinter mir, weiß ich ob man so einigermaßen erkennen kann, da geht das richtig steil runter und da werden wir hoffentlich gleich noch mit dem Kajak rumfahren. Musik Das ist so beeindruckend, wenn vor einem die, ja diese hohe Steilküste da hoch geht und man guckt da hoch, man hofft nur, dass da nichts abrutscht, wenn man genau da runter fährt. Musik Das ist genial, es ist sowas von schön hier am Sommer. Musik Wieder mal ohne Worte, das muss man einfach auf sich wirken lassen. Heute ist ein bisschen starker Motorverkehr hier, auf dem Wasser mit Motorbooten. Ich habe auch den Eindruck, die nehmen da relativ wenig Rücksicht drauf, ob man da paddelt oder nicht. Aber gut, sei's drum, wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Musik Und jetzt suchen wir den Cash weiter. Aber ich glaube, Es ist zu spät? Ja, Uschi hat schon Pfund gemeldet. Musik Und da ist er! Ah! Super! Dann wollen wir uns mal eintragen, ne? Musik Wow, eine schöne Karte noch drin, ne? Oder eine Schatzkarte. Und genau hier unter mir, das ist die Klippe, die ich meine. Da werden wir gleich noch mal längs paddeln. Ich mag gar nicht runter gucken. Musik Musik Und da kommt sie, die Stallwand, von der ich erzählt habe. Und da oben waren wir drauf. Ist das nicht beeindruckend? Ist das herrlich hier. Wunderschön. 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 Schon ein ziemlich ungewöhnliches Gefühl, wenn man hierunter durchpaddelt. Also wenn das Ding runter kommt, dann möchte ich hier nicht paddeln. Also wenn das Ding runter kommt, dann kommt das Ding runter. Also wenn das Ding runter kommt, dann kommt das Ding runter. Also wenn das Ding runter kommt, dann kommt das Ding runter. Also wenn das Ding runter kommt, dann kommt das Ding runter. Also wenn das Ding runter kommt, dann kommt das Ding runter. So, es fängt leider an zu regnen. Und das bedeutet, ich glaube, wir sollten auch auf dem kürzesten Weg jetzt irgendwie zurückfahren. Noch ist der See relativ ruhig. Ich hoffe, das bleibt so. Wir fahren zurück, ne? Ja, wir sind jetzt ins Wasser gefallen. Ganz genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat ganz schön stark angefangen dann doch zu regnen. Die See oder der See hat ein bisschen aufgeraut, aber das war in Ordnung. Das war nicht das Problem, sondern eher die Feuchtigkeit von oben. Ja, wir sind dann auch relativ schnell auf direktem Wege wieder zum Campingplatz gepaddelt. Und haben jetzt erstmal schön geduscht, haben uns frisch gemacht. Jetzt trinken wir gleich eine warme Tasse Tee, essen eine Kleinigkeit dazu, ne? Und ja, ist ja noch nicht so spät, aber wir werden dann für heute den Tag ausklingen lassen. Wir werden nachher uns noch was zu essen machen, ganz klar. In der Hoffnung, dass es morgen ein bisschen schöner ist, ein bisschen hübscher ist, dass es wenigstens nicht regnet, ne? Weil das Kanu, das liegt jetzt auch noch draußen. Das müssen wir ja nun auch noch sauber machen, beziehungsweise unser Kajak. Ja, ansonsten war es eine schöne Tour. Wir sind knapp zehn Kilometer gepaddelt. Zwei, dreiviertel Stunde ungefähr. Dreiviertel Stunde Pause. Wir waren ja zwischenzeitlich noch mal kurz im Wasser auch drin. Zumindest bin ich einmal bis zur Brust eingetaucht. Das hat mir dann aber auch gereicht. Das war sehr erfrischend, möchte ich mal so betiteln, ja, als Norddeutscher. Es war frisch. Ja, war ein schöner Tag, ne? Wir sehen uns, denke ich, morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tja, hallo, moin. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, richtig. Es hat aufgehört zu regnen. Wir haben jetzt unser Kajak eingepackt, trocknen lassen. Ja, und es ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben jetzt schon frühen Nachmittag. Wir wollen eigentlich noch eine kleine Runde drehen, bevor wir den ganzen Tag hier drinnen versauern im Wohnmobil. Haben wir gedacht, wir fahren jetzt noch mal, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen spazieren. Keine große Tour. Vor zwei Jahren haben wir eine über 18 Kilometer Tour gemacht. Praktisch hier um die ganze Insel rum, um Torböhn. Das wird natürlich heute nichts. Wir gehen so ein bisschen im Wald spazieren und mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir einen Hirsch sehen. Ob wir vielleicht wieder einen Hirsch sehen. Ja, wie auch vor zwei Jahren, genau. Ja, und mit dem Wetter hoffe ich, das hält sich jetzt so ein bisschen. Hauptsache es regnet nicht. Lass uns los. Bei diesem feuchtwarmen Wetter, da wimmelt das natürlich nur so voll Mücken. Aber wir haben uns hier in der schwedischen Apotheke was rausgeholt oder informiert. Und die hat uns hier ein Produkt empfohlen. Und damit haben wir uns jetzt erstmal eingesprüht. Ich hoffe, das wissen die Mücken auch. Es scheint zu wirken. Wenne Böe mit dem Hüter Herrscher abgelehnt. Wenne Böe mit dem Hüter Herrscher sind, also wird das Ruhige gekriegt. Jetzt kommt wie Böe mit dem Hüter Herrscher. Dann müssen wir nichts mit der Böe, aber es geht zurück. Und dann können wir wiederholen. Hier ranken wir mit dem Hüter Herrscher. Hier gibt es die Mücken auf dem Hüter Herrscher. Musik Das ist eine Siedlung, das ist auf der einen Seite noch ein schöner Bauernhof und die haben alle einen fantastischen Ausblick auf den See. Das müssen wir jetzt mal gucken, wo wir längst müssen. Ich glaube nur links. Musik 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 Und wie schmecken sie? Gut. Ja, schön süß. Ja. Musik Musik So und genau gegenüber ist wieder die Insel Zwarlön, wo auf der anderen Seite dieser steile Felsen war und wo wir den Cache gefunden haben. Musik Schon teilweise sehr beeindruckend hier durch den Wald zu laufen, weil es immer wieder neue Eindrücke gibt. Ein ganz neues Farbenspiel, wenn die Sonne so rauskommt. Das ist wirklich naturpur. Und wir sind hier mal wieder ganz alleine. Das heißt keine Menschenseele weit und breit. Schon schön. Teilweise auch dieser Duft, der rüberkommt. Das ist herrlich. Musik Ich hoffe nur für dich. Das sind auch die richtigen Blaubeeren und nicht andere. Schmeckt gut. Auf jeden Fall süß. Musik Musik Ja, das war nochmal ein kleines Highlight. Musik Also so gut drauf zu kriegen, so ein Reh, das finde ich schon, mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Schön. Musik Da sind die doch neugierig. Musik Ja, ich hab nichts für euch, du. Hier, da guckt ihr, ne. Tja, wir wollen hier nur längs gehen, du. Aber ihr versteht uns gar nicht, ne. Musik Platt gefahren. Musik Ja, wir sind jetzt auch über 11,5 Kilometer schon unterwegs. Es ist aber abzusehen, der Campingplatz. Wir haben uns jetzt so entschlossen, nicht mehr die Straße zurückzulaufen, sondern doch wieder durch den Wald. Das ist einfach bequemer, auch für die Füße. Und ja, bis jetzt schon drei Stunden unterwegs. Nachher am Reisemobil gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung der Tour, ne. Musik So, wir haben es geschafft. Wir stehen hier wieder am Anleger, an unserem Campingplatz. Wir sind 13,33 Kilometer gelaufen. Vier Stunden waren wir jetzt unterwegs, wobei wir dreieinhalb Stunden gelaufen sind und eine halbe Stunde so zwischendurch. Pause machen. Untergestellten haben Regen abgewartet. Genau, den Regen haben wir abgewartet. Jetzt ist wieder super schönes Wetter. War eine schöne Tour. War fast ein bisschen zu lang. Das Reh, was wir gesehen haben, war schön, ne. War toll. Elchspuren haben wir gesehen. Uschi hat Elchspuren gesehen. Die waren auf dem Hinweg noch nicht da. Das war auch interessant. Ja, sonst noch irgendwas? Nö, ne. Hat gepasst. Ja, das war's. Jetzt werden wir uns umziehen. Wir werden duschen und uns dann was zu essen machen. So ist der Plan. Und morgen, ja, verlassen wir dann Torpöhn die Insel hier und mal sehen, wohin es uns dann verschlägt. Wir haben ja noch ein paar Tage Urlaub, ne. Von daher, danke fürs Dabeisein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Boop. Bol. Hoo. Soo. Auf. Wenn euch unseren Aír. Vielen Dank.